Ich liebe dich 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 Da sagte sie, nein, sie haben mich falsch verstanden, ich habe doch gesagt, Tampons. Und dann sagte der Apotheker, ach, ich dachte, so alternativ wie Sie aussehen, drehen Sie bestimmt selbst. Genau wie du einen Fisk brauchst du und auf den Urlaub sprach. Ich würde alles geben, wie du zu lieben und will dir sagen, wieso. Ich habe uns alles gesehen. Das war natürlich nicht immer so, wie es sich in meinem Leben, das kann ich Ihnen schon sagen. Weil ich hatte ja eigentlich eine sehr schwere Kindheit. Waren Sie gestern schon mal da? Nein, ich habe ja nicht schon wieder. Dann haben wir wiedergekommen, ne? Gestern nicht so ganz verstanden, gehen wir nochmal hin. Ja. 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 Ich will nur sein